So und die zweite Form von Trunks mit dieser Jacke und ich finde ne Jacke sieht ja schon noch krasser aus, finde ich. Ja, diese Form hat auf jeden Fall was. Das Outfit und die Form und ich hasse diese Attacke, die hat so ne geringe Reichweite. Ich guck gerade, kann er sich wirklich noch weiter verwandeln? Ne. Normalerweise sollte er das eigentlich.